Es geht zur Fortbildung nach Windisch Gersten, Knoppikstage. Und schon bin ich da. Lassen wir's beginnen. Und schon bin ich da. Drei Kilometer sind wir da jetzt aufgehauen. Und die Höhenmeter? Drei. Dann haben wir vielleicht dreieinhalb Kilometer. Mittagessen ist verdaut. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. Bleibt nicht der Sport. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. Zweiter Tag und jetzt gehen wir mal in den Seminarraum, damit man sieht, wie weit ich doch in muss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020